Hallo, hier ab vier. Mit wem sprechen wir denn jetzt? Na, Ulrich Hermsdorf. Ich grüße Sie. Und Ihre Frage bitte. Ja. Was mache ich denn dagegen? Wogegen? Als Ornanist. Na, was ist jetzt Ihre Frage? Was mache ich gegen Ornanisten? Sind Sie selber einer oder leiden Sie? Ja, bin selber einer. Nun, ich denke mal, dass... Geplagt es Sie? Bitte? Sind Sie davon geplagt? Ja. Inwiefern? Seit drei Jahren. Was heißt das seit drei Jahren? Also Sie können nicht anders. Sie müssen sich selbst befriedigen. Ja, genau so ist das. Und wie oft machen Sie das am Tag? Nicht am Tag, sondern zweimal in der Woche. Ja? Ja. Und dann am Wochenende. Ja. Na, das ist doch in Ordnung. Das ist doch noch lange keine Sucht. Wenn Sie zweimal in der Woche sich selbst befriedigen, das ist doch ganz normal. Damit halten Sie Körper, Seele, Geist gesund und im Betrieb. Also machen Sie weiter. Ja, wirklich. Ja. Also bitte machen Sie weiter und beschimpfen Sie sich deswegen nicht. Und erschrecken Sie vor allen Dingen nicht davor. Nee, Alter. Ja. Vielen Dank.